Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben im Film gesehen, wie reichhaltig die letzte Jahrhörige Obsternte ausgefallen ist. Rund 110'000 Tonnen Nöpfel sind letztes Jahr abgelesen worden. Dank modernster Lagermethoden können wir den reichhaltigen Obstsagen den ganzen Winter geniessen. Saftig und frisch wie direkt vom Baum. Coop bietet eine ganze Palette an von gesunden und lustigen Öpfelsorten, wie zum Beispiel den Glockenöpfel mit seinem dezentharmonischen Aroma, den Eidoret mit einem sehr saftigen Fruchtfleisch oder der kräftig säuerliche Boscoop. Viele von den Öpfeln, die Sie jetzt bei Coop kaufen können, so fremdländisch klingende nehmen. Trotzdem sind alles einheimische Sorten, die in den verschiedensten Obstbaugebieten erprobt und angebaut werden. Öpfel sind aber auch rundum gesund und gehören zum Vollkommensten, was uns die Natur zu bieten hat. Neben wertvollem Fruchtzucker und Fruchtsäure, lebenswichtigen Vitamine, Mineral und Ballaststoffe, sind weitere vielfältige Bestandteile im Öpfel enthalten. Man sagt ja nicht vergeben. Jeden Tag ein Öpfel, jeden Tag in Form. In Form können Sie aber auch, wenn Sie immer ein bisschen Sport treiben, und ab und zu ein solches Beichermüsli fit und munter essen, das ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Das fix fertige Beichermüsli mit einer Flasche Trinkjoghurt oder, wenn Sie lieber möchten, mit einem Becher Magerquark verrühren. Der Saft von einer halben Gräbfraut dazu und ein bisschen Orangensaft. Vier geraffelte Äpfel reingeben. Ebenso Orangen- und Gräbfrautschnitzel. Alles zusammen gut miteinander verrühren. Die Zutaten und die Mengen für das Beichermüsli finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Und was Sie von morgen an bei Coop günstiger reinkaufen können, das sehen Sie gerade im Anschluss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.